Musik Das war gut Passagiere, auch nochmal 200 Scheißegal Wir wollen unser Spaß haben bis zum Tod Auch wenn wir nur heute überleben Aber egal Das Leben geht weiter Guck mal, den jaget ich jetzt Boah Oh ne, der hat mich weggehauen Ja, tut mir leid Meine Passagiere Jetzt müsst ihr in Gras beißen Tut mir leid, mehr kann man da auch nicht für euch machen Tja Es ist einfach aus mit euch Tja, wirklich Yeah Nicht alle Leute, jeder hat sein eigen Hopp Mist doch Das Tor sieht so aus, dass es auf ist Kann man auch mal nicht rüber schreiten Bis dann haben die den Zaun höher gemacht Dass man dann immer rüberkommt Kommt aber eine durch die Schlitze da durch Das werden wir noch malen Was machen wir denn gleich noch so Haben wir noch ein cooles Rennen So viel Müll dazwischen So viel Müll dazwischen Muss rückwärts fahren Ja, da kann ich nichts machen Du musst leider rückwärts fahren Ist alles kaputt Nur warten, dass ein neuer Spawn ist Kurz umdrehen Und wieder hin Wollte ich den nehmen Dann nehm ich den Nein Oh, Zuki hol dir doch dein eigener Was machst du denn da? Sieht komisch aus, was du denn machst Ey, ich kann nicht lenken Jetzt aber Muss ja erstmal rauskommen Gar nicht so einfach Weg Wird doch nix, siehst du Doch, auf Auf geht's Starten Einfahren Vollnsinnig Wie sind wir denn da jetzt? Fliegt man ein bisschen tiefer, Leute Schickt man euch ja nicht Oh, das war knapp Das war sehr knapp Halleluja Nein Nicht schon wieder Oh Mann, ist das schlecht Oh, nee Oh, nee Oh, nee Schreibt Zu mir Geht ihr Handy Der Darf ein Rennen starten Aber ein gutes Rennen Ich Ari darf Bitte Kein Kontakt rennen Und eine Runde bitte Oder Punkt zu Punkt Danach kommen wir in der Lobby rein Danach darf der nächste auswählen Ari war am schnellsten So, Ari lädt uns gleich alle ein Ja, was willst du denn jetzt parkour? Ja, weiß ich auch nicht Ich will jetzt auf dem Rennen warten Gute Frage Guck mal Guck mal Guck mal Ja, das sehe ich Da ist aber niemand drin Warte mal Da sind Stühle drin Und eine Theke Interessant Ja, hier ist alles interessant Ja, man fährt Findet immer was Neues Los, alle rein da Juhu Wernix Ich dachte ein Auto War nicht wieder sowas wie sehr selbst erstellt ist Einer Schrott Oh, der hat nichts mehr bekommen von mir Der hat nichts mehr bekommen Ach, nee Das ist ja ein Piwi-Kram Da fahrt gemütlich, ne? Ich muss mich entspannt hier rangehen Hier fahren wir den ganzen Das weiß ich nicht Aber es wird Alles gut Geht er uns verarschen? Achso, nee Da, so muss man fahren So, ich erklär euch mal Ihr hört mich ja, glaube ich nicht Ihr müsst den Analog nach vorne drücken Gedrückt halten Und ranspringen Und dann X und R1 abwechselnd drücken Aber Analog nach vorne gedrückt halten L-Analog L3-Analog Schaffen die das alle nicht? Oder was ist das? Ich mache nächstes Mal ein Rennen Da werde ich das alle nicht schaffen Autorennen So was ist voll einfach Weil das muss man schon seit Anfang an können Seit GTA raus ist Und sogar Millionen müsste man haben Solange es geht hier schon draußen Müsste jeder schon so viel Geld haben Heute hat immer noch jeder Null Keine Ahnung warum Ja, ich habe kein Geld Ich kann mir das nicht leisten Warum auch immer Ich habe Schotter Mal einen Job gemacht Da habe ich dann mein Geld Hier muss ich runter Muss man runter Muss man nicht Oh, kann man Oh, das hat weh Voll auf die Eier Die sind Matsch Die sind flüssig jetzt Mann Oh Ich bin mit dem Kopf aufgekommen Das tut weh Ach ich schon geschafft oder was? Autsch Ah Toll Ari ist schon bändet Und was denn? Muss man nicht bänden Oh Tut das nicht weh? Nein, das tut nicht weh Achso I missed I know my mind Okay Okay Hey Oh, das schaffe ich noch Warte So ungefähr da Hab ich schon gesagt Das schaffe ich Kann ich das auch? Kann ich das auch? Nee Das kann ich nicht Kann halt nicht Wir sind durch Machen wir noch ein Rennen Ein Autorenner Aber bitte Es schafft keiner Es schafft keiner Es schafft keiner Es ist immer noch ein ganzer Anfang Oh Alter Jetzt hat er es geschafft Okay Okay Das sieht auch schon gut aus Aber es müssen mehrere Leute schaffen Ja Abwechselnd drücken Okay Ey Wir schaffen das Wir schaffen das nicht Für mich selber Okay Da sind wir wieder Ein schönes Auto Nämlich Ein schönes Auto Das ist immer ein schönes Auto Wann war ich Wo ist denn der Osiris hier? Gibt es keine Osiris? Okay Dann nehmen wir eben das hier Philipp Boy ist noch da Ari Leon Sim Abkiller Wakura Ja da bin ich auch wieder Ein Rennen machen wir gleich noch Ja das ist schon Ein Rennen gleich noch Da darf man auswählen Halt Noch nicht starten Leute Schreibt mir mal Jetzt schon mal Wer gleich ein Rennen will Dann schreibe ich Wer zuerst ich schreibt Für nächste Runde Ja gut ihr hört Wer zuerst ich schreibt Der darf gleich einladen Oh nicht Jetzt bekommen wir Doch jetzt Ah okay Sim darf Sim darf Los geht's So wir sind Warweits Schwierig Oh der sieht Einfach aus Kann ich gleich schon sagen Ja kann ich dazu noch sagen Ja den hatte ich noch nicht Ah fuck Seisse Oh seisse Ja ganz groß Seisse Seisse Wenn ihr wollt Könnt ihr euch gleich mal mit mir unterhalten Achtet auf Was ist das denn 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 Wann Siehste ganz einfach Ich kann alles Der meister aller Klasse Darf ich reden? Nee, ich höre ihn erst nach der Aufnahme. Aber man kann sich auch bewerben bei mir. Ich nehme mich nur alleine auf. Ist auch besser so. Ich nehme auch nur etwas erwachsene Stimmen, die sich auch nicht anhören. So als Kinderstimmen, wie ihr wisst. Und der nicht die ganze Zeit sagt, Scheiße, 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 Mann, Facka. Papa, blablabla. Oder irgendwie bleibt. Muss nur wieder Mensch sein, bleiben. Er hat geschafft. Warten. Wartet hier nicht. Das war ein Sizer. Bam, 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 bam. Hier sogar die neuen Leute haben schon ein Rennen gestartet hier. Clubboy und Zinn. Darf ich mal schon starten. Hier hat man Chancen findet. Aber ich kriege kein zweites Nehmen. Oh, schade. Aber ich habe wohl das Ausnehmen. Ja, du bist ohne Ausnahme. Du bist von allen Ausnahmen. Ja, so sehe ich auch aus. Der bin ich auch. Natürlich. Ich habe nicht bekommen. Wie viel rennen wir noch hier? Kommen wir. Eins. Ah, Mist. Habe ich nicht gelesen. Ah. Was hat er denn geschrieben? Schade. Kann man nicht nochmal nachgucken. Zeit läuft ab. Uch. 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 Schlechtes Auto ist da. Wer auch immer du bist. Leon. So, ja, gut. Jetzt darf Zinn zum Rennen einladen. Zum letzten Rennen. 2280. Mann, das ist ein stolzer Preis. Ich meine, eine neue Jacke kaufen. Mit Reiferschluss. Wow, wow, wow. Oh, Ari hat gewonnen. Geht das eigentlich überhaupt? Weiß nicht. Oh, mein Osiris ist halt zerstört worden. Können wir nicht entscheiden? Oh, oh. Was hat er denn für ein Gesicht? Ein bisschen feitig, ne? Da fehlt irgendwas im Gesicht. Weiß auch nicht. Oh, Mann. Noch zusätzlich. Tafel W. Fertig. Ich kann auch nicht in den Köpfen kommen. 23. Muss da nur weiter. Kleine Haarung. Wie der das nicht geschafft hat. Bin erster. Das soll doch so bleiben. Schaff die Konzentration. Hatten wir das nicht vor kurzem erst? Ja, das hatten wir letztens. Geschafft! So, wunderbar. Awesome. Awesome. Awesome, awesome, awesome. Hätte ich mal die erste? Und scheint. Oder kommt da noch ein heftiger Bau weit? Oh ne, da oben ganz. Halleluja! Nein! Fast bekommen! Fast bekommen! Die muss ich aber kriegen. Windschatten bräuch. Der war wohl nichts. Es war schlecht. Es war wohl schlecht. Es war wohl schlecht. Das verstehe ich nicht. Das muss man nicht verstehen. Und jetzt. Es geht dann. Oh, oh, da kommt schon jemand. Ah! Geschafft! 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 Gerade so! Oh Mann! Gut! Oh, das war's auch für heute dann. Das müssen wir uns für nächstes Mal wieder was richtiges vornehmen. Ich hab was Neues vorhin geschaltet. Gut zu wissen. Fast explodiert. Ging fast dein Leben drauf. Hast du keine Kopfschmerzen, wenn du so auf dem Kopf landest mit dem Auto? Versteh ich nicht. Dass man keine Kopfschmerzen kriegt. Goh, du fliegt's genau rein. Ja! Doch noch geschafft! Oh, zweiter bin ich. Wunderschön! So, danke meine lieben Zuschauer. Schön, dass ihr eingeklickt habt. Danke! Und den stolzen Preis für 3260 GTA Dollar. Mal sehen, was ich mir hole davon. Kann ich mir zwei Jahre nachdenken erstmal. Okay, Ari hat mal wieder gehauen. Oh, ne. Okay, bis zum nächsten meine lieben Zuschauer. Ciao! So, das war's mein lieber Zuschauer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jeden Tag kommen zwei GTA Online Folgen raus am Stück. Einmal auf der PS3 und einmal auf der PS4. Und Freitag das News Video, was wir am Wochenende machen. Und was für Projekte ich demnächst starte. Wenn du dabei sein möchtest, dann schau in der Videobeschreibung vorbei. Da ist ein Link zu das Inforegelvideo, wie die Regeln sind und wie die Crew Kleidung und das Crew Auto ist. Und schau auch mal in der Kanalbeschreibung vorbei. Da steht das Programm der Woche drin, was wir jeden Tag hochladen. Oder was ich demnächst für Projekte starte. Wenn du noch mehr sehen möchtest, dann schau in der Playliste vorbei. Da habe ich eine ganze Menge für dich. Werde jetzt auch Frag den Dead Pictures machen, dann schreib Hashtag Frag den Dead Pictures. Zusammengeschrieben. Da kannst du mir jede Frage stellen und sei kreativ. Ich werde sie in einem Video, was ich demnächst hochlade, beantworten. Und wenn du Ideen hast, dann schreib Hashtag Ideen. Da kannst du mir deine Ideen schreiben, wenn du Rollenspiele hast oder auch andere Sachen. Wenn du mich unterstützen willst, dann kannst du es gerne tun. Das würde mich sehr freuen. So, das war's. Danke, dass du eingeklickt hast. Bis zum nächsten Mal. Tschau mein Lieber. Tschau mein Lieber. Tschau mein Lieber.